Hallo ihr Lieben! Erstmal an dieser Stelle Dankeschön an dich, Niki, dass ich mich auf deinem Kanal vorstellen darf. Es ist mir echt eine Ehre. Ich schaue dich ja selber wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin schon richtig süchtig. Ich muss jeden Tag gucken, ob mein Video online ist. Auf jeden Fall bin ich Nats Lifestyle, bin alleinerziehende Mama von zwei Jungs. Ich habe zwei Katzen und ja, in meinen Videos geht es darum, filme ich auch ganz normal meinen Alltag mit und ja, was mache ich noch? Ich zeige ein paar Footholz und ja, was bei mir halt im Leben so passiert. Genau, und ich bin jetzt gerade auch nach Hause gekommen. Ich muss jetzt auch schon wieder kochen, Haushalt machen, meine Kinder abholen. Dann nachher müssen wir zum Zahnarzt und ja, ich muss auch meine Haare färben. Sowas filme ich zum Beispiel auch mit, wie ich meine Haare färbe oder Haarverlängerung habe ich jetzt auch mit gefilmt, wie ich die reinbekommen habe und und vieles mehr. Wenn ihr Lust darauf habt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Schaut gerne bei mir vorbei. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und alle, die von Niki kommen, schreibt das bitte unten in die Kommentare, dass ihr von Niki seid. Ich bin echt gespannt, wer so alles rüberkommt und ja, würde ich sagen, störe ich euch nicht weiter und viel Spaß auf Nikis Kanal. Ciao. So, Alexandra ist jetzt gerade von der Schule gekommen. Heute, ich habe heute noch gar nicht aufgenommen. Ich sage erst mal guten Morgen. Es war zu stressig, heute Morgen schon aufzunehmen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Alexander, ja, das ist jetzt bei uns so in der Schule, dass die keinen offenen Ganztag mehr haben. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben, aber er geht trotzdem, weil ich auch arbeiten muss. Ich schicke ihn trotzdem zur Schule. Aber die haben keine UGS, deswegen haben die nur ganz normalen Schulunterricht, heute bis 11.45 Uhr. Und ja, jetzt ist er von der Schule gekommen. Jetzt macht er seine Hausaufgaben, ne? Ich habe nur eine auf. Was musst du da machen? Schreiben. Was schreiben? Also Deutsch? Ja. Werben? Da steht so, der Werbenheft. Ach, das ist dein Werbenheft. Okay, mein Schatz, dann mach die Hausaufgaben, setz dich schön hin. Aber Mama, ich habe eine Frage, was muss ich hier machen? Ja, dann lies doch erst mal, was du da machen musst, bevor du fragst. Immer erst mal gucken, dass man sich selber hilft. So, und dein Butterbrot gleich noch essen, weil das hast du in der Schule nicht gegessen. Mama muss noch ein bisschen arbeiten, okay? Werben können ihre Form verändern. Dann stehen sie in einer Personalform. Achte auf die Ändungen. Ich gehe. Du gehst. Er, sie, es geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Und musst du hier nur weitermachen. Ich sage, du wirst. Nein, es geht um sagen. Ich sage, du sagst. Er sagt. Wir sagen. Ihr sagt. Sie sagt. Sagen. Mehrere. Es gibt einmal er, sie, es. Also sie, zum Beispiel die Frau. Und dann gibt es einmal sie, die ganz vielen Leute. Das sind sie. Sie sagen. Hier sind immer viele. Du sagst. Und das gleiche machst du gleich mit kommen und wohnen, okay? Da. Und dann ruf mich noch mal. Du sagst. Er sagt. Wir sagen. So, das habe ich übrigens gestern gekocht. Also so sieht es aus. Nudeln mit Gulasch ganz normal gemacht. Und dann hatte ich da halt noch ein bisschen Spinat reingemacht. Oben Parmesan. Wirklich sehr, sehr lecker. Und dazu habe ich so einen Gurkensalat gemacht. Wir verraten euch auch nicht. So, ich habe hier Besuch. Guckt mal, wie schlank und rank sie wieder ist. Doch, 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 doch. Und wir haben jetzt gerade, was haben wir bekommen von unten, von der Pizzeria? Loco. Direkt aus der Türkei. Gut aus. Mit Pistazien. Oh, lecker. Ja, das ist die teure Variante. Und was hast du mir mitgebracht? Was hast du mir mitgebracht? Übrigens ist das unsere... Ja, go and back. Eine Essen-to-go-Tasche. Hier transportieren wir immer unser Essen hin und her. Hier ist auch was drin. Mal gucken. Oh, danke schön. Die mag ich ja total gerne. Bitte, ich hoffe, die schmecken dir. Hast du die selber gemacht? Ja, gerade noch für dich gemacht. Näh. Schön. Dankeschön. Aber werde ich gleich auf jeden Fall probieren, Schatz. Mach das. Und was hast du hier drin? Ist nur eine Kleinigkeit, ne? Eine... Ein Geschenk für mich? Ja, für dich. Okay. Soll ich den wir hätten? Ja. Ja. Reißen auch. So doll wollte ich dir jetzt nicht zum... Ah, okay. Da. Wow. Ist da Unterwäsche drin? Das ist ein Gespielzeug. Eine Potsch. Eine Potsch. Was hast du denn hier eingepackt? Oh, eine Kleinigkeit. Okay, die mag ich voll gerne. Die hat der Heiko früher immer selber gemacht. Mit so Kornflakes. Das ist jetzt salzig, ne? Die schmecken gut. Melle. Dankeschön. Ach, guck dir die mal an, ey. Wofür? Kerpa-Butter-Setsch von Alperde. Brombeere, Heidelbeere, Himbeere. Oh, da. Dann rieche ich schön. Was ist das denn? Hier, guck mal. Ich hab's gesehen und hab an dich gedacht. Oh, wie süß. Was ist das? Halt mal fest. Oh, wie niedlich. Gott, wie süß. Schön, danke schön. Bitte. Ja, da kann ich schön Fotos mitmachen. Einmal in der Farbe. Ach, Gott, Schatz, ey. Danke. Halt fest. Gitteschön. Oh, nee, wie schön. Mit einer Jeans, was ihr seht aus echt gut. Mega. Dankeschön. Gitteschön. Oh, komm mal. Gerne doch. Komm her. Danke, mein Schatz. Das ist nur eine kleine. Ich hab aber auch was für dich. Warte, wo hab ich das denn? Dann hab ich's grad nicht hingebracht. Also, einmal, wolltest du ja die Creme probieren, ne? Nicht die Creme, sag schon die Maske. Die Maske, ne? The Sea Tox von Jeepoda. Oh, schön. Leicht dir aber nur aus. Ja, natürlich. Guck mal, ob du die verträgst. Ja, genau. Und dann hab ich hier was Schönes für dich. Ich hab Schmuck bestellt von Sylviax. Einmal kurz zur Seite. Entschuldigung, du darfst nicht aufs Bild, Schatz. Oh, ja, genau so wollte ich die. Oh, die ist ja geil. Die ist... Okay. Warte, ich mach erst mal ab. Dann nehm ich auf. Oh, die sieht richtig geil aus. Das ist echt schön. Oh, die ist ja traumhaft. Oh, wie schön. Schönen Namen. Warte mal, guck mal. Das sind die Namen von deinen Kindern drauf. Oh. Oh, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Bitte, Schatz. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Bitteschön. Die tun wir direkt. So, Leute, alles stressig hier. Seida ist jetzt weg. Muss jetzt hier ein bisschen aufräumen. Aber total süß von ihr. Ach, was ist denn da in der Kamera? Warum ist die so schief hier drauf? Moment. Aber voll süß von ihr, ne? Ja, dass sie hier mir sowas geschenkt hat. Von Mini Maus und Mickey Maus. Schön. Echt schön. Danke nochmal, mein Schatz. Und die Coudabier habe ich probiert. Die hat sie zum ersten Mal gemacht. Für mich hat sie es gemacht. Sind wirklich mega lecker geworden. Sie hat Rosenwasser noch mit reingepackt. Die Araber machen das, glaube ich, so... Also, die backen viel mit Rosenwasser. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da merkt man, das Rosenwasser riecht man raus. Aber das ist jetzt nicht unangenehm. Es ist halt nur anders, als so, wie ich den Geschmack kenne. Aber trotzdem hat sie die wirklich sehr, sehr lecker gemacht. Danke nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist schon Donnerstag, der 17.12. Und, ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich bin so unter Stress, dass ich irgendwie die letzten zwei Tage gar nicht geschafft habe. Äh, was heißt die letzten zwei Tage? Also gestern. Habe ich gar nicht geschafft, das Paket auszupacken. Und, äh, auf dieses Paket war ich am meisten gespannt, weil das einfach so ein Riesenpaket ist. Das zeige ich euch gleich. Ich packe nämlich heute die 16 und die 17 aus. Und ich habe gestern einfach gar nichts geschafft. Habe gearbeitet. Danach kamen noch die Saida. Die Kids waren hier. Und mein Abwasch liegt hier rum. Ich habe übrigens bei Ebay-Kleinenzeigen vorgestern eine, ähm, Anzeige reingesetzt, dass ich eine Putzfrau suche, weil ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Also es ist einfach zu viel. Und ich habe da halt reingesetzt 20, ähm, ich sag schon 2 bis 3 Stunden die Woche. Und da haben sich so viele gemeldet, aber auch unseriöse Nachrichten von Männern, die mir dann Schwanzfotos geschickt haben und gesagt haben, hey, ich möchte mich anbieten. Und man sich nur die Augen verdreht und denkt, warum? Warum? Sucht doch woanders. Oder lebt irgendwo anders euren Fetisch aus? Oder irgendwelche devoten Männerfetischisten, die einfach nur rumkommandiert werden wollen, auf allen Vieren hier meine Wohnung putzen wollen, auf Anweisung, und dass ich die am besten noch dabei schlage. Also, Leute, ich suche einfach nur eine Putzfrau. Ja, und auf diesen Schock folgte direkt der nächste Schock, denn ich habe gestern, ähm, Post bekommen von, von der Polizei. Mein Nachbar, also der von der Pizzeria, kam gestern mit diesem Brief an, guckt mir so in die Augen und ich so, was ist das denn, ne? Wenn du da Polizei liest, kriegst du ja erstmal einen Schock. Denkst du dir so, was ist denn los? Hast du irgendwas gemacht? Kannst du mich gar nicht dran erinnern? Ja, dann habe ich den Brief aufgemacht. Hatte ich natürlich so voll Schiss. Und ich dachte, was ist denn das? Und dann, ja, kam bei raus, dass ich ein Verwarngeld in Höhe von 10 Euro zahlen muss, innerhalb von einer Woche. Ja, das geht ja noch. Aber hier habe ich mich auch mega aufgeregt, weil, ich habe einfach nur nicht mal eine Minute, nicht mal eine Minute, bei Alexander an der Schule kurz angehalten, um Alexander rauszuschmeißen. Und da war absolutes, Halteverbot und dann kam die Polizistin. Wir haben uns ein bisschen in den Haaren gehabt, wir haben uns ein bisschen angelegt, aber ich habe meinen Mund gehalten, weil alle waren auf meiner Seite, alle, die da mit zugeguckt haben und haben sich gedacht, das kann nicht wahr sein, dass die jetzt einen Strafzettel kriegt. Nicht mal eine Minute, ich habe den Alexander rausgeworfen, er hat seine Tasche genommen und ist gegangen. Also Alexander war schon längst in der Schule und ich war dann noch mit der am Diskutieren. Also, und dann sagt sie mir noch, meine Kinder gehen alleine zur Schule. Ey, wo ich mir dachte, fuck you, mein Kind läuft nicht alleine zur Schule. Also, okay, mein Kind kommt ja alleine nach der Schule nach Hause, aber da ist es hell. Ich möchte aber nicht, dass er um halb sieben, um halb acht morgens mitten in der Dunkelheit jetzt im Winter zur Schule läuft. Also, das habe ich selber zu entscheiden. Das brauchen sie mir, Frau Polizistin, nicht zu sagen, ne? Also, da denkst du dir echt, was erlauben die sich? Was erlauben die sich? Ja. Naja, jedenfalls, ähm, werde ich jetzt mal die Pakete öffnen. Aber ich habe immer noch Nackenschmerzen und Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen kommen immer abends, immer wenn ich mich hinlege. Also, total merkwürdig. Aber ich hoffe, das geht schnell vorbei. Ich fange jetzt einfach mal mit Airmeans Adventskalender an. Ähm, da muss ich einmal die 16 rausholen. Was ist das denn? So eine kleine Packung und so was viereckig ist, merke ich hier. Kann es gerade noch nicht definieren. Na, ist das eine Seife? Mh, The Body Sharp. Warm Vanilla. Eine Seife. Oh, die riecht gut. Schön. Und dann haben wir noch die 17. Ist irgendwas Glasiges drin? Wieder eine Kerze vielleicht? Würde ich jetzt sagen. Oh Gott, ey. Wenn wir mit einer Hand auspacken, kriege ich es hin? Feuert mich mal an. Niki, 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 Niki. Alter, ich habe sie. Oh, Lavendelkarte. Oh, riecht sehr lavendelig. So. Dann haben wir die zwei. Und Leute, ich muss euch was zeigen. Ich muss euch was zeigen. Das hätte ich jetzt total vergessen. Also, oh, ich muss mich hinsetzen. Ich war so baff. Ich war so baff. Ich schreibe mit einer Abonnentin auf Instagram sehr oft. Sie hat auch bei mir oft Sachen gekauft. Sie ist auch ein bisschen älter. Sie heißt Dagmar. Und hat mir gesagt, sie schickt noch die Tage ein Paket, weil sie noch was dazu tun muss, etc., etc. Und gestern kam dieses Paket an. Dieses riesengroße Paket von der Dagmar. Wo ich einfach nur sprachlos bin und mir denke, Leute, Leute, ich liebe euch. Was ist los? Wieso? Wieso? Warum? Danke, danke, danke. Ich habe da gestern auch schon reingeguckt, weil ich wusste jetzt nicht. Also, ich glaube, da ist es auch der 17. und der 18. drin. Müssen mal ganz kurz hier gucken. Also, ich habe hier den 16. Also, das packe ich jetzt erstmal aus. 17. und 18. Habe ich schon was. Ich muss gleich mal, ach, wisst ihr was? Heute ist ja der 17. Ich packe einfach die 16. die 17 aus. Die 17. Und das Paket von der Dagmar, weil ich es ja schon aufgemacht habe. Okay, ich habe jetzt nicht viel gesehen, weil es ist auch, ähm, es ist, äh, eingepackt. Aber ich packe das heute mal alles mit euch aus. Und bei meiner Mama sind auch noch zwei, drei Pakete angekommen. Ähm, packen wir hier mal Brandnews aus. Äh, wo ist die 16? Die 17 haben wir hier. Hab ich die 16? Nee, nehmen wir mal die 16. Was kleineres. Ein Aufstrich. Linsen Aufstrich. Hätten die sich auch sparen können, aber, dankeschön. Mit italienischen Kräutern. Und Moment, ich muss mal meinen Wecker ausmachen, aber ich gucke eben noch hier schnell rein. Ein Riegel von Kellogg's. So, die zwei Sachen waren hier drin. So, dann packe ich schnell noch die 16 und die 17 As von der Goodiebox. Ganz groß und ganz klein. Hä? Ein Pinsel. Der ist aber schick. Von Niree. Guck mal, wie schön. So ein Glitterpinsel. Schön. Echt schön. So, und die 17. Was ganz kleines. Ein Eyeshadow. Mono Eyeshadow von Paese oder Pese. So, genug. Die zwei Sachen. Und jetzt hole ich mal eure Pakete und öffne sie. Ich fange an mit der großen 16. Guck mal, eben die Schere. So, meine Lieben, sorry, ich hatte einen Anruf. Ähm, okay. Also, ich habe hier einmal die Paket Nummer 16. Kommt von der lieben Nicole Yilan. dran. Äh, das ist, also, erstmal muss ich sagen, richtig der Wahnsinn, dass du so ein mega großes Paket geschickt hast. Und, ähm, oh Gott, 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 oh Gott. Ach, ne, Kinders, ey. Mann, ich habe, ich kriege schon Tränen. Okay. So, also, ich muss erstmal loswerden, dass ich dieses Geschenkpapier mega, mega süß finde. Let the old be dead Let the shadows be my head When the world is on your shoulders And you feel like falling over Just come a little closer I'll be there for you I'll be there for you Cause when we are together